Das Behandlungsspektrum der Klinik für Gefäßchirurgie umfasst die intensive Diagnostik und anschließend sämtliche wiederherstellenden Operationen an Arterien und Venen. Schwerpunkte sind Krampfaderoperationen, die Anlage von Dialysischans oder die Beseitigung von Verengungen der Hauptschlagadern. Das Team der Klinik für Gefäßchirurgie führt auch besonders schwierige und komplexe Eingriffe durch. Dazu gehören Erkrankungen der Nierenarterien, Gefäßverschlüsse im Bauchraum sowie akute Thrombosen der tiefen Venen. Zum Einsatz kommen dabei schonende Operationsverfahren wie die endovaskuläre Chirurgie. Große Erfahrung hat das Team auch bei der Versorgung diabetischer Durchblutungsstörungen der Beine und in der modernen Hundtherapie.